Gebet mit dem Heiligen Geist für die Situation in der Ukraine und die Zuhörer. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir für die Situation in der Ukraine und für die Menschen beten. Gleichzeitig brauchen wir aber alle dabei auch eine Begegnung mit Jesus und die Hilfe des Heiligen Geistes. In diesem Artikel findest du einen Impuls zum Thema Gebet mit Gott zusammen. Weiterführende Links und dann ein Gebet für die Zuhörer und danach gemeinsames Gebet für die Situation in der Ukraine, bei dem du auch selber mitbeten kannst. In dem Video auf YouTube findest du auch ein Inhaltsverzeichnis. Es ist wichtig, dass wir für alle Beteiligten beten. Für die Angegriffenen Ukrainer und auch für die russischen Aggressoren. Denn auch die brauchen Jesus. Und außerdem auch Gebet für alle Menschen, die unter dem Krieg leiden, auch für die Russen, die gegen den Krieg sind. Der nächste Abschnitt, Gebet mit Gott zusammen und das Wirken des Heiligen Geistes. Auch Gebet bzw. Fürbitte in schwierigen Situationen wie bei Kriegen, Krisen, Bedrohungen etc. Das ist auch eine direkte Begegnung für dich als Beter mit dem lebendigen Gott. Jesus Christus lebt ewig, um für uns im Gebet einzutreten. Das findest du in Hebräer 7,25. Und auch der Heilige Geist betet für uns. Siehe Römer 8,27. Gott will dir im Gebet begegnen. Die Stärken und zusammen mit dir beten. Im Artikel und Video haben wir hier ein Bild eingebunden. Das sieht sozusagen aus wie die ukrainische Flagge. Oben in der oberen Hälfte ist ein blauer Himmel. Und in der unteren Hälfte ist ein gelbes Rapsfeld. Also von den Farben blau und gelb wie die ukrainische Flagge. Das folgende Bild sieht von den Farben her aus wie die Flagge der Ukraine. Wir hatten dieses Foto für ein Bild für unser evangelistisches Ostervideo für die Botschaft zu Ostern 2021 verwendet. Mit der Aufschrift im Bibelfers, wo Jesus sagt, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Matthäus 11,28 Schlachtübersetzung. Und das haben wir auch ein bisschen als Anlass und Inhalt, Impuls für das Gebet später genommen. Da wir das Bild schon mal verwendet hatten, mussten wir nochmal an dieses Bild denken und hatten den Impuls, es jetzt nochmal zu verwenden. Und mehr zu der Auslegung und der Symbolik findest du weiter unten. Zungengebet, Sprachengebet ist sehr wichtig in schwierigen Zeiten. Denn in Römer 8,28 heißt es in der Schlachtübersetzung Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Säufzern. Und der Heilige Geist ist unser Beistand, sehe Johannes 14,16. Der Heilige Geist Gottes ist unser Freund, unser Tröster, unser Fürbitter, unser Ratgeber, unser Helfer und noch so vieles mehr. Und gerade diese geistliche Gemeinschaft mit Gott brauchen Menschen in Zeiten wie diesen. Nun zur Symbolik von dem Bild und der Flagge der Ukraine. Die Farben der Flagge der Ukraine stehen symbolisch für den blauen Himmel und für goldene, reife Getreide- bzw. Erntefelder. In dem Foto, was wir verwenden, ist es aber ein Feld mit gelben Rapsblüten. Also nicht mit Korn, Getreide, sondern mit Rapsblüten. Die Blüten stehen auch symbolisch für etwas Neues, das im Kommen ist. Raps ist eine Ölsaat. Also da wird Ölpflanzenöl draus gewonnen. Und das deuten wir auf die Salbung des Heiligen Geistes hin, wo Öl für die Salbung des Heiligen Geistes steht. Wir dürfen also auf die Berührung des Heiligen Geistes vertrauen und beten, dass der Wind des Geistes weht und in der Welt etwas Gutes von Gott bewirkt. Du kannst dir dazu mal das Kapitel Hesekiel 37 anschauen, das mit der Vision und den Totengebeinen, wo der Ruach, der Atem Gottes, wirkt auf die Weissagung hin, das man auch als Gebet deuten kann. Das Wort Ruach in diesem Zusammenhang, dem Kapitel, bedeutet gleichzeitig der Wind, der Geist und der Lebensatem. In Zeiten wie diesen brauchen wir alle die direkte Begegnung mit Jesus Christus und auch die Hilfe und Kraft seines Heiligen Geistes, auch im Gebet. Und auch wenn wir beten, mit seiner Hilfe beten. Der nächste Abschnitt, eine praktische Ermutigung für dich. Frage Jesus bitte selber dazu, wie du beten sollst. Frage ihn, was genau du beten sollst. Und frage ihn auch, ob bzw. was du praktisch tun sollst. Jetzt folgen noch links und danach das Gebet, wo wir zuerst für euch und füreinander und dann für die Situation in der Ukraine beten. Der nächste Abschnitt, links mit weiterem Material. Als erstes bist du dir zu 100% sicher, dass du Frieden mit Gott und ewiges Leben hast. Wenn nein, dann schau dir bitte folgende Seite an. Jesus persönlich erleben und kennenlernen. Wenn du Menschen in der Ukraine oder Menschen auf der Flucht mit dem Evangelium erreichen willst, dann kannst du dir hier Anregungen holen. Unsere evangelistische Botschaft für dich von 2021. Und dann findest du noch einen evangelistischen Artikel. Trost, Frieden und Hoffnung für dich in der Corona-Krise. Der Artikel hat das Evangelium als Botschaft in Textform mit Übergabegebet. Das in Textform ist, kannst du den Google-Übersetzer benutzen und das damit übersetzen und an andere Menschen weitergeben. Dann findest du auch Material zur Geistestaufe und auch ein Gebet, das dir hilft, die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen. Und nach links mit weiterführenden Artikeln, Übersicht mit Themen Geistestaufe, Sprachengebet, Wirken des Heiligen Geistes auf der Übersichtsseite, das Wirken des Heiligen Geistes und Geistesgab, etc. Dann ein hilfreicher Artikel für Zeiten wie diese, mit dem Sprachengebet schwerer Zeiten durchstehen. Und dann findest du noch einen Artikel mit einer Audiodatei, in welcher wir für euch beten, für eine Berührung und Erfüllung vom Heiligen Geist. Der nächste Abschnitt. Nun zum Gebet. Wir verwenden als Hintergrundmusik die Aufnahme von Julia mit Zungengesang, himmlische Klänge, neuer Sound für eine neue Zeit, auch Heavenly Sounds. Findest du im Artikel verlinkt. So, und jetzt kommen wir zum Gebet. In diesem Teil beten wir gemeinsam. Wir beten dabei für euch, für eine Stärkung, für eine Berührung vom Heiligen Geist. Im Hintergrund läuft Heavenly Sounds, mit Zungengesang und Keyboard von Julia. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist will an dich rein. Und wir beten auch, dass Fürbitter jetzt gestärkt werden. Jeder, der zuhört, dass er gestärkt wird, dass von dir berührt wird, Heiliger Geist. Dass Kraft kommt für Gebet, für Fürbitte. Dass du uns alle stärkst, dass du uns im Gebet unterstützt, Heiliger Geist. Komm. Wenn wir uns Sprachen beten, dann ist das, weil wir die Unterstützung vom Heiligen Geist im Gebet brauchen. Dass der Geist betet, der Geist durch uns betet. Wenn du es nicht kennst, so findest du im Artikel, auch eine Videobeschreibung verlinkt, findest du dazu Material, auch wo du das Sprachengebet empfangen kannst. Heiliger Geist. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist. Wir brauchen dich, wir brauchen deinen Beistand, deine Hilfe. Heiliger Geist. 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 Heilen. Berühr uns. Berühr jeden Einzelnen jetzt. Wir beten jetzt im Namen Jesus. Es ist der Heilige Geist jedem Zuhörer. Berühr uns. Mit Berührung kommt deine Frischung durch den Heiligen Geist. Die Gegenwart Gottes jetzt. Komm. Komm, wir von dir. Komm, wir von dir. ... ... ... ... ... Und Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Wir kommen zu dir, direkt zu dir, Jesus Christus. Du bist der Herr. Wir kommen zu dir, wir begegnen dir jetzt, Jesus. Wir kommen zu dir und geben alles, was uns belastet, mühselig, beladen, in deine Hände, Jesus. Jetzt, wir geben es bei dir. Wir geben dir Ängste, Sorgen, Ängste wegen Krieg, Ängste wegen Zukunft. Wir geben auch Ängste, Sorgen von Menschen, die man dort in der Region kennt. Und Krieg beeinflusst werden, die da vielleicht auf der Flucht sind oder im Land sind. Wie auch immer negativ davon betroffen sind. Wir geben dir die Ängste in Jesus. Senktlich Ängste, Sorgen und Nöte. Geben sie deinem Ende, Jesus. Du bist der Retter, der Erlöser. Wir geben sie deinem Ende. Du bist Gott, Jesus. Wir brauchen eine Berührung von dir. Und kannst du dir vorstellen, jetzt wird bettlich. Ich würde die ganzen Sachen nicht belasten, ob du die Hände von Jesus legst. Und es bei ihm einfach abgibst. Und jetzt vergeben dir das alles. Dass er befreit beten kann. Befreit beten kann diese Situation. Mit dir zusammen. Aneinander gehen. Und aus deiner Fülle, Jesus, empfangen wir Gnade und Gnade. Gnade und noch mal Gnade von dir, Jesus. In deiner Berührung, auf deine Kraft. Und wir beten für Weisheit und Klarheit in der Situation. Dass Klarheit kommt, wie wir beten sollen. Und Kraft für die Fürbitte. Heiliger Geist, deine Führung, deine Weisheit. Bitten um deine Leitung jetzt. Und wie wir beten sollen. Deine Hilfe in dieser Situation. Heiliger Geist. Und tank gerade jetzt auf in seiner Gegenwart. Empfang von Gottes Liebe. Empfang seinen Segen. Und aus seiner Sicht heraus kannst du beten für diese Situation. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns in einer frischen Salbung berührst. Neues Öl von dir. Kraft auf die Fürbitte. Neue Salbung. Stärkung von dir, Heiliger Geist. Nicht aus eigener Kraft beten, sondern mit dir in deiner Gegenwart. Dass du durch uns beten kannst. Dass wir im Geist beten können. Dass du durch uns fließt. Dass du es wirkst. Mehr. Wir bitten um deine Liebe und Offenbarung deiner Liebe bei allen Beteiligten. Mehr. Vater, hilf uns. Gebet auf wirklich deine Sicht und deine Liebe. Und deine Liebe auch für die Leute, die den Krieg verursacht haben. Auch deine Liebe für, wenn du strechen die Feinde. Und für die Menschen, die da gebunden wurden vom Satan oder von der Regierung gezwungen wurden. Für den Krieg, wo sie selber keine Lust aufhören. Das ist ein Bruderkrieg eigentlich. Und dass du Frieden bringst und Liebe bringst und Versöhnung. Und gib uns wirklich auch dein Herz und deine Sicht für diese Dinge. Dass wir beten, wie es dir gefällt. Und du bist ein guter Vater. Du lässt die Sonne scheinen. Und dein Segen regnet auf Gerechtige und Ungerechte. Du willst beiden Seiten begegnen. Du willst alle Menschen retten. Du willst alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit in Christus kommen. Du willst alle Menschen retten und verändern. Und du willst dir, dass Leute verloren gehen. Du hast da keine Freude dran. Du hast keine Freude dran, wenn Menschen verloren gehen, ohne Jesus zu verloren gehen. Ruhig uns mit deiner Liebe und Hilfe, dass wir so ein Gebet auch freisetzen können. Das wird dein Wert beten und nicht das eigene. Das wird deine Sicht, das was du tun willst, beten. Das wird deinen Wert freisetzen. Und Vater, bitte. Erfülle jeden Zuhörer. Erfüll uns alle. Wirklich mit deiner Fülle. Wir beten jetzt für die gesamte Situation Ukraine, Russland. Auch für die Menschen, die auf der Flucht sind. Auch für Menschen, die aus Russland fliehen. Auch für alle, die schon da sind. Ja. Und auch für die großen Ukrainer, die schon lange in Deutschland leben. Wir beten jetzt erstmal den Frieden Gottes. Heiliger Geist, dass du Frieden bringst. Dass du mit dem tiefen Frieden bringst. Dass du in dem Frieden Freiheit hast, auch Gottes Stimme zu hören. Und Freiheit für Frucht des Geistes. Dass das Störende, das Chaos, was du vorhin bringst, schweigen muss. Und in dem Frieden Gottes. Dass wieder eine klare Sicht kommt mit dem ganzen Nebel und so. Mit der ganzen Verwirrung. Das sind Sachen in der Medien, dass da Frieden kommt und deine Klarheit damit. Dass die Seele Frieden findet Menschen. Zur Ruhe kommt deine Stimme an. Und wissen, was richtig ist. Bitte. Vater, bitte komm. Komm mit dem Frieden. Auch auf die Menschen Russland, die nichts dafür können und die darunter leiden. Für alle Beteiligten, die als Menschen da sind. Komm mit dem Frieden. Vater. Wir beten für das Wirken des Heiligen Geistes. Dass der Wind des Geistes weht. Vater, dein Reich komme. Dein Reich komme. Deine Herrschung. Deine Pflege schiehe dort. Übersetze es. Was dann dagegen wird. Dass übernatürliches Eingreifen kommt. Dass Engel dort wirken. Dass dort Wunder passieren. Dass auch die Leute selber das merken. Vielleicht auch die russischen Menschen, das merken, dass da was Übernatürliches ist. Und zwar, dass es Gott ist. Dass sie Gottes Furcht bekommen. Aber auch Segen und Gnade umzukehren. Beten für diese Menschen, dass sie auch Gnade von Gott erfahren können. Und dann beten, dass dein Engel dort wirklich werden. Dass da Wunder passieren. Dass der Wind des Geistes weht. Dass ein übernatürliches Wirken ist. Die gesamte Regierung. Und auch. Dass Menschen, die auf der Flucht sind, Begegnungen haben mit dir. Und dass du dort Ordnung bringst. Dass du Menschen begegnest. Dass du dort wirkst. Dass übernatürliche Führungen passieren. Dass dort Eingreifen sich bei. Sag, du bist. Soto, du bist. Wir beten auch für die Regierung Russland. Dass du einen Weg machst. Für einen Frieden. Dass du einen Weg baust. Dass es in Frieden kommen kann. Dass du eine Führung und Weisheit gibst. Dass du etwas führst. Dass es in Frieden kommen kann. Dass es in eine festgefahrene Situation auch in den Köpfen von den Entscheidern dort in Russland. Dass dort Frieden kommen kann. Dass du Wege baust zu Frieden. Weil du ein Gott des Friedens bist. Und Jesus, du bist der Friedefürst. Du hast einen besseren Plan als sowas. Und wir beten auch für Frieden, Weisheit, Schutz auf die in der Ukraine, auf die Regierung. Und dass Verständigung wiedergeben kann. Dass es eine Lösung gibt. Dass du eine Lösung führst. Ohne Blutvergießen. Du Schutz bringst. Dass du irgendwie Frieden bringst. Und Blutvergießen verhinderst. Dass du was machst. Be. Be. Dass du was machst. Bei mir ist Be. Dass du eingreifst. Blutvergießen verhinderst. Du verhinderst. Dass die Situation sich weit auf andere Länder ausbreitet. Sonst auf Frieden ist und des Schutzes. Auch auf Europa. Auch auf Deutschland. Auf die EU. Andere Länder umgehend soll Schutzes. Vater, bring Frieden. Bring Löser. Be. Deine Liebe. Halt. Be. Be. Greif. Greif du dort ein. Mehr. Vater. Und wir beten, dass dein Segen kommt auf die Menschen. Dass Segen ist, dass Trost ist, Berührung ist. Auch für Menschen, die verflucht sind. Auch für Menschen, die in Russland jetzt leiden. Auch für Soldaten von beiden Seiten. Und denen, die zu gezwungen wurden. Die, die nicht freiwillig sind. Dass du denen begegnest und dich schützt. Dass dort Buße passieren können. Dass dort noch Menschen gerettet werden. Dass Menschen nicht verloren gehen. Dass der Schutz ist. Dass der Schutz, Rettung ist. Dass übernatürliche Sachen passieren, um Menschen zu schützen. Raketen nicht funktionieren. Oder woanders sind, wo Landung kein Schaden passiert. Oder vom Wetter her Flugzeugen nicht funktionieren. Waffen nicht funktionieren. Sonst sowas. Dass die Leute merken, da ist was übernatürliches. Und da muss man aufpassen. Dass die Menschen nach dir Fragen dort. Und dass da ein Eingreifen dort ist. Dass du die Menschen segnest. Dass dort Schutz ist. Vor Ort noch mehr Trauma, noch mehr Verletzung. Dass du den Menschen daran begegnest. Dass es Chancen gibt, wir auf Zukunft. Und Chancen gibt, wir auf der Herstellung, wir auf der Versöhnung dort. Und dass du Konflikte verhinderst. Auch hier in Deutschland gegen russische Menschen. Oder russischsprachige, aus welchen Ländern auch immer. Dass da Schutz vor denen ist. Wer für die ist. Dass da Schutz ist auf diese Menschen. Dass du die Segen bist. Dass sie nicht ausgegrenzt werden. Nicht angegriffen werden. Dass da Schutz ist vor Rassismus. Sondern wirklich Verständigung. Und Segen auf die Menschen. Und die Menschen, die hier sind. Auch die Menschen, die in Russland fliehen. Die aus Russland fliehen. Die keinen Bock darauf haben, auf sowas. Oder auf Menschen, die davor fliehen, in einen eingezogene Krieg geschickt zu werden. Richtig. Und dass deine Wege dort kommen. Dass du die Menschen führst. Dass du die Menschen abholst. Dass du mit den Menschen deine Wege gehst. Dass du den Menschen begegnest. Dass du die Menschen dann führst. Dass du dir entsprichst. Deine Stimme. Und dass du die Menschen leitest. Auf guten Wegen. Fahre auf guten Wegen. Fahre Hilfe. Heiliger Geist. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Fahre. Wir beten auch für Ernte in Russland. Und gerade jetzt, wo viele gegen Russland fluchen. Natürlich auch vieles zurecht. Aber Gottes Sicht ist auch immer vor allem die Ernte und die Menschen. Und Ernte gibt es auf beiden Seiten. Nicht nur in der Ukraine. Es soll auch in Russland Ernte kommen. Trotz Einschränkungen. Soll die Ernte kommen. Heiliger Geist, komm. Beten, dass dein Wirken da offenbar wird unter den Leuten. Dass denen die Augen geöffnet werden. Auch allen, die da dagegen sind. Gegen Ernte. Und gegen Christliches. Die gegen Christen sind. Gegen Christen vorgehen. Dass denen die Augen geöffnet werden. Und dass da jede Saat, die da vielleicht auch mal gesät wurde mit Wort Gottes. Dass die denen wieder einfällt. Dass sie sich wieder daran erinnern. Oder vielleicht ganz neu irgendwie auf Saat kommen. Dass auch die die Möglichkeit haben, dich kennenzulernen. Weil du hast für alle Menschen gute Pläne. Auch für dort. Du hast überall in jedem Land Ernte. Und auch für jeden Mensch. Ganz egal in welchem Land er geboren wurde. Du hast auch für diese Menschen Pläne. Jesus. 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 Und wir beten, dass du die Christen auch stärkst. In Russland. Vielleicht viele davon im Untergrund. Ich weiß es nicht so genau, wie es der Gott ist. Und in der Ukraine. Wo wir glauben, dass du viel wirkst. Und dass der Heilige Geist viel macht. Und auch einen starken Lack Christi zugerüstet hat. Wir beten, dass die Gemeinden dort aufstehen. Dass die Christen gestärkt werden. Geschützt werden. Und dass dein Wirken in dem ganzen Chaos, das dein Wirken ist. Dass dort Wunder passieren. Auch durch die Christen. Auch aneinander. Auch wenn Christen für andere beten. Die dich für noch nicht kennen. Oder vielleicht. Du hast eher in eine Staatskirche kommen. Wo das Evangelium vielleicht nicht so gepredigt wurde. Dass die dich kennenlernen. Dass der Leib in der Situation deine Pläne umsetzt. Wir beten für Stärkung von Leib Christi. Und beten für Kraft, Schutz, Versaibung. Wir sagen, Heilige Geist, komm begegne dir den Mächtigen als je zuvor. Stärker in deiner Kraft, deiner Herrlichkeit. Dass du dich offenbarst. Denn gerade in der Situation, dass du dort wirkst. Und wir beten auch für die Christen aus Ukraine oder Russland, die jetzt in Deutschland, in der EU sind. Oder sonst von Europa. Dass die Gemeinden gestärkt werden. Dass dort eine Führung kommt vom Heiligen Geist. Mehr als vorher. Wirken des Heiligen Geistes. Mehr als vorher. Auch für Evangelistisches. Auch für Hilfsaktionen. Dass du dort mehr wirkst. Dass dein Wirken kommt durch dich. Dass du dir begegnest. Kraft gibst. Trost gibst. Hilfe gibst. Dass du dort wirkst. Und du hast viel aus der Regeln hier. Und du hast mit denen einen Plan. Du hast einen Plan mit denen. Du hast auch einen Plan mit den Leuten, das Flüchtlinge in der EU gelebt. Du hast einen guten Plan. Und du wirst so doch Menschen reichen und zurüsten. Und du wirst so doch Erntearbeiter ausbilden. Und du wirst Erntearbeiter stärken für die kommende Ernte, bis sie es wiederkommt. Du wirst es machen. Besonders ein Segen sein. Segen, Stärkung, Freisetzung von Erntearbeiter. Deine Hilfe. Ja, und dass gerade jetzt auch Ernte passiert. Gerade jetzt. Gerade jetzt in dunklen Zeiten. Genauso wie Jesus auch in dunklen Zeiten kam. Gerade jetzt. Scheint das Licht vom Evangelium. Gerade jetzt. Dein Geist wirkt in der Welt. Er wirkt an jedem Ort. Wir sprechen das aus, dass Gottes Pläne kommen. Gottes Pläne. Seine Pläne. Dass seine Ernte kommt. Wir segnen jeden Erntearbeiter. Auch jeden, der da gerade zuhört. Und vielleicht vorhat, dort hinzureisen. Oder vielleicht auch Leute kennt. Die dort wohnen und in Kontakt steht mit denen. Segnen dich bei dem, was du da tust. Für Gottes Weisheit und Klarheit. Und dass er dir vielleicht auch zeigt, wie du Menschen erreichen kannst für Jesus. Dass die Menschen, die Jesus kennenlernen. Schönen lächerisch? Schönen wir nach hinten. Schönen wir nach hinten. Schönen wir nach hinten. Kala Musa Kala Musa Kala Musa Und wir machen jetzt als Abschluss noch eine kurze Übung, eine praktische Übung, wo du Gottes Stimme für dich persönlich hören kannst. Wir lassen die Aufnahme jetzt noch ein paar Minuten laufen. Und du kannst dir ein bisschen Zeit nehmen, um Gott zu fragen, ob du etwas Praktisches tun sollst in der Situation, beziehungsweise was du tun sollst. Und nimm dir jetzt ein bisschen Zeit in der Stelle nach und frag Gott dazu. Sei gesegnet. Du magst. Du magst. Du magst. Du magst. Du magst. Amen. 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 Amen.